Malerspachtel Macht verputzte Oberflächen sehr schnell glatt, streich- und tapezierfähig. Ideal für die großflächige Anwendung, innen. Zum Verfugen, Spachteln und Ansetzen von Gipskarton und Gipsfaserplatten. Bereits nach 3 Stunden überstreich- und tapezierbar. Für Spachtelungen Q1 bis Q4. Das Produkt ist mit dem Emicode EC1 Plus ausgezeichnet und daher sehr emissionsarm. Für nachhaltiges Bauen und Renovieren. Verputzte Wand glätten. Malerspachtel mit Stahlglätter aufziehen. Nachglätten innerhalb von 15 bis 45 Minuten. Dazu Spachtelschicht leicht anfeuchten mit Schwamm- oder Sprühflasche. Ansätzen von Gipskartonplatten. Auf der Plattenrückseite alle 40 cm Materialbatzen auftragen. Platte andrücken und mit Wasserwaage ausrichten. Nach 3 Stunden verfugen. Gipskartonplatten verfugen. Material mit breitem Spachtel einbringen und nachglätten. Platten können nach 3 Stunden gestrichen oder tapeziert werden. Lugato steht für Markenprodukte in höchster Qualität, Gelingensicherheit und Dauerhaftigkeit. Lugato fürs Leben gemacht.